Servus und willkommen zu einem neuen Video beim Bavarian Medic. Wie ihr es oben im Titel schon lesen könnt, haben wir nur mit dem Kanal Bavarian Medic endlich die 1000 Abonnenten Macke geknackt. Dazu möchte ich mich natürlich erstmal bei euch allen bedanken, sei es nur Leute, die meinen Videos eben zuschauen bzw. kommentieren. Aber einen besonderen Dank möchte ich natürlich einmal aussprechen an alle, die mich supportet haben, entweder mit Material oder der einfach auch Tipps mir gegeben haben, Anfragen gestellt haben etc. Euch natürlich nochmal ein herzliches Dankeschön. Auch nochmal ein großes Dankeschön an dich, Yannick. Hast mir oftmals sehr weitergeholfen bzw. einfach die Verbindung mit unseren zwei Kanälen. Ich finde das funktioniert super und ich hoffe das wird auch weiter so gut funktionieren. Deswegen sollt ihr dabei nicht leer ausgehen, darum habe ich mir wieder ein kleines Giveaway überlegt. Und zwar ist es diesmal so, dass der Inhalt bzw. das Produkt, das ihr bekommt, ist für jeden zu verwenden. Das heißt vom Ersthelfer bis zum No-Fi-Sanitäter. Das sind quasi Produkte, die im Erste-Hilfe-Kurs erlernt werden und somit von jedem verwendet werden dürfen. Es gibt so ein kleines tolles Behältnis noch, wo das Ganze mit drinnen ist. Und zwar hier schon gezeigt, den Tasmanian Tiger Rescue Pouch. Den habe ich euch ja in einem meiner letzten Videos schon vorgestellt. Ist mal hier verlinkt nochmal. Und wie gesagt, der Inhalt, den kann wirklich jeder hernehmen. Also da ist nichts drin, was ihr nicht verwenden dürft. Mit all dem Zubehör etc. Ja, was müsst ihr dazu machen? Zuerst ist es natürlich wichtig, dass ihr abonnierst meines Kanals seid. Das ist eigentlich die Hauptvoraussetzung. Dann schickt ihr mir bitte eine E-Mail an die hier eingeblendete E-Mail-Adresse mit dem Betreff 1000 Abonnenten Giveaway, wo ihr einfach euren Vor- und Zunahmen schreibt und dass ihr eben teilnehmen möchtet. Was cool wäre, wenn ihr mir noch drunter schreiben würdet, für was ihr das Material verwenden würdet. Ist kein sein muss. Aber wäre einfach cool zu hören. Ja, das war es eigentlich auch schon. Weitere Infos findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ja, das allerwichtigste natürlich das Giveaway. An sich läuft bis zum 26. März um 12 Uhr und am 26. März gibt es dann eben auch das Auslosungsvideo und dort erfahrt ihr dann gleich, wer gewonnen hat. Ja, soweit sollte es aber auch schon gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt mir weiterhin treu auf dem Kanal. Ich habe einige Aktionen geplant für dieses Jahr. Natürlich die Radmobil steht an, jetzt dann in zwei, drei Monaten. Da werde ich natürlich auch wieder, da werde ich natürlich auch hochfahren und werde euch da wieder mitnehmen mit der Kamera. Es sind auch noch andere Projekte geplant. Da dürft ihr wirklich gespannt sein. Ich denke, es wird euch gefallen. Das seht ihr aber im Laufe dieses Jahres dann. Ja, soweit war es das mit diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal.